beim Quest die Maitressenliste müsst ihr kurz mal bei Rosa Veratrö vorbeischauen am Anfang stehen vor der Tür die ist verschlossen und kommen nicht rein wir müssen also einen anderen Weg finden wir laufen dazu außen rum springen über die Bücher und Brüstung hier laufen an diesem Fels entlang hangeln und so springen auch mal hier rüber über den kleinen Abgrund hangeln uns dann hier rüber so auf der rechten springen hier kommen hier hoch sehen hier ist schon ein verunglückter Armer der es nicht gepackt hat laufen dann hoch und ja jetzt könnt ihr natürlich wenn ihr nach rechts links lauft feststellen hey hier ist gar kein Eingang so ein Mist hilft uns also nicht weiter also lauft ihr hier gerade aus weiter wenn ihr natürlich den Dialog zwischen der Wache und Rosa mithören wollt dann könnt ihr das natürlich auch tun wenn ihr da um die Ecke lauft wie ihr seht das Video beginnt und von hier aus läuft der Quest eigentlich wie von selbst weiter also danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und ich hoffe ich konnte euch helfen bis dann ciao ciao bis dann ciao ciao Das war's.